Herzlich willkommen bei «Herzels» mit TEDxTour. Bitte begrüssen mit mir ganz herzlich Daniel Gopeli, Patricia Manolio, Victor Glathart. Next up you'll have Heinz Kegi. It is in the beginning really just a wall of a challenge. It all starts with the imagination of how your life is going to be. What gives you meaning in what you do? Damit wäre für mich das Tun zu dieser neuen Welt komplett offen. Der kleinste, wirklich funken Hoffnung kann Grosses bewirken. I open the door and I invite this vision of the top ten. Was wäre, wenn Freude deine heisseste Spur durch dieses Universum wäre? There's a crack in everything, that's how the lights get in. How you do something defines the true value of your actions. Gucke die Person neben dir an, gib ihr ein High Five und sag ich liebe es authentisch zu sein. Venture outside of earth. Discover the solar system and settle on other planets. Ich wünsche mir, dass dir und ich immer wieder dein Herz für ihn wagen können. So then the question is, what is the request on the leaders in this world? And this is really what our talk is about, these challenges and how to overcome them. Und it doesn't matter. Thanks for your journey. Vielen Dank.